Dankeschön! Benni am Klavier für euch. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Wir sind aus München, The Troublemaker's Ride. Wenn ihr uns bei Instagram suchen solltet, haben die unseren Account gesperrt, weil wir zehn Jahre alt sind und jetzt ist alles weg. Das heißt, ihr müsst nach Munich Troublemaker suchen, wenn ihr uns sucht. Oder ihr holt euch ein Bier, hüpft danach mit uns in die Kiste und dann schauen wir weiter. Dann kriegt ihr unsere Privataccounts. Wir machen Rock'n'Roll, klassischen Rock'n'Roll. Wir haben viele Eigenkompositionen auch dabei. Wir haben jetzt unser neues Album gerade fertig gemacht. Da müssen wir noch ein paar Videos drehen auf dem Ammersee, auf dem Floß oder so. Müssen wir mal gucken. Und dann wollen wir es releasen. Vielleicht im November. Ist eine gute Zeit, glaube ich. November oder Februar, wenn keiner arbeitet. Nächste Song ist ein Liebeslied. Der Pavel für euch am Bass. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.